einen schönen guten tag und willkommen zurück zu crash bandicoat so dann würde ich da weitermachen wo ich letzt mal aufgehört habe mit den 24 level the high road da würde ich sagen attacke ok 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 wie fies ist das so ich weiß ehrlich okay es geht hier weiter so die äpfel verraten wie gemein ist das denn halt gewesen aber gut man wird hier belohnt paar extra leben so ja das ist eins dieser typischen levels halt man kann halt den einfachen weg nehmen den man aufs seil drauf springt und dann ja es sich hat so die ganzen hindernisse sich sparen so oder man springt ok die brechen ein ach komm du dreck schwein ok nochmal die kisten da hinten mitnehmen wieder alles perfekt ich versuche das mal so zu lösen ach herrlich das kuriose war halt auf dem playstation ging das wesentlich viel viel einfacher ok da waren auch die polygone grob gezählt also echt jetzt ich krieg zu viel ach ich ach ich weh doch den seil weh zack ah ok weil da weiß ich ganz genau das schütze ich nicht ab echt jetzt gut gut Komm, gib mir die Maske. Ja, ob du mir was bringst. Da gehst du mit Anthem Flussleben rein und dann kommt erst mal so eine Darbietung halt. So. Ah, herrlich. So, geht doch. Okay, äh, Schildkröten. So. Okay, so weit, so gut. Wie viele Kisten gibt's da? 45 Kisten, okay. Okay. Okay, schon mal ein Kärtchen. Okay. Steht soweit gut. Langsam. Langsam, langsam, Freundchen. So. Ja, jetzt läuft das. Noch ein Kärtchen. So. So, da schießt das Schwein. Bin ich jetzt echt darauf... Ah. Naja. So, weg mit dir. Okay. Das Schwein steht. Okay. Einfach nur langsam vorrücken. Okay, da hinten ist irgendwas weißes. Was? Keine Ahnung, was das da hinten dastehen soll. Oh. Oh. Angsam. Ah. Okay. Okay. Weiter geht's. Okay. 17 Kisten erst. So. Okay. Bonusrunde. Passtum. abducte. Schon. Sério. Das ist einfach so. Ich packe. às merchant несколько Baruff. Das nicht war der Fall... Auf Anhieb geschafft. Perfekt. 27 Kisten, 94 Jettel. Und ich war erst mal überlegen, wie macht man das denn am besten? Aber gut, auf Anhieb geschafft. Äh, okay. Da will ich den regulären Weg. Echt jetzt? Da wird man noch zum Schluss noch einmal bestraft. Ah, geschafft. Und den Edelstein geborgen. So, okay. Sechs Edelsteine, ein Schlüssel. Perfekt. So, dann würde ich mal sagen, war es das auch wieder fürs Erste. Nächstes Mal geht es dann weiter mit Slivery Klein. Den 25. Level. Ansonsten, wie gehabt, war es das auch wieder fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Ganze und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald und tschüss.